Die Badische Hauptbahn ist eine zwischen 1840 und 1863 entstandene Eisenbahnstrecke, die vom Großherzogtum Baden als eine der ersten deutschen Staatsbahnen erbaut wurde. Sie führt von Mannheim über Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg im Breisgau, Basel, Waldshut, Schaffhausen und Singen am Hohen Wiel nach Konstanz. Die Badische Hauptbahn ist mit 412,7 Kilometern Länge die längste Bahnstrecke im Netz der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig die älteste in Südwestdeutschland. Im Abschnitt zwischen Mannheim und Basel ist sie die wichtigste nördliche Zufahrt zu den Schweizer Alpenpässen, während der Abschnitt zwischen Basel und Konstanz nur regionale Bedeutung besitzt. Der Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Basel wird auch als Rheintalbahn bezeichnet. Der Abschnitt Basel-Konstanz als hohe Einstrecke Geschichte Vorgeschichte In der oberrheinischen Tiefebene verlief bereits seit der Zeit der Römer eine wichtige Handelsstraße von Mitteleuropa in die Schweiz und nach Italien. Mit der Entwicklung des Eisenbahnwesens entstanden bereits Anfang der 1830er Jahre Überlegungen zum Bau einer Eisenbahn von Mannheim nach Basel. Um den Personen- und Güterverkehr schneller und günstiger abwickeln zu können als mit Fuhrwerken. Zumal auch der Oberrhein südlich von Mannheim nur eingeschränkt schiffbar war. Der erste, der die Lokomotive von George Stevenson und die Eröffnung der Linie zwischen Liverpool und Manchester im Herbst 1831 im Parlament thematisierte, war der Priester und liberale Politiker Gottlieb Bernhard Fecht. Ihm wurde vorgeworfen, seiner Zeit voraus zu sein und sein Vorschlag fand keine Anhänger. Eine erste wirkliche Initiative im Jahr 1833 geht auf den Mannheimer Unternehmer Ludwig Newhouse zurück. Die jedoch ebenso wie der Vorschlag Friedrich Liszt keine Zustimmung seitens der badischen Regierung fand. 1837 wurde eine technische Kommission aus Baurat Dr. Karl Bader, dem Bauingenieur Franz Keller und Johann Sauerbeck gebildet, die auf einer Auslandsreise nach Frankreich, Belgien und England dort Eisenbahnbauprinzipien studierten und anschließend beim Bau der badischen Hauptbahn technisch bei der Wahl der Betriebsmittel und Trassen bestimmend anwandten. Franz Keller übernahm die Bauleitung. Planung Erst als sich im benachbarten Elsass 1837 eine Eisenbahngesellschaft gründete mit dem Ziel, eine linksrheinische Strecke zwischen Basel und Straßburg zu bauen, begannen in Baden die Planungen zum Bau einer Eisenbahn. Um eine Verlagerung der Verkehrsströme auf das linksrheinische Elsässische Ufer zu vermeiden. In einem eigens einberufenen Landtag 1838 beschloss die badische Ständeversammlung den Bau einer Bahnstrecke von Mannheim zur Schweizer Grenze bei Basel auf Staatskosten, wie es beispielsweise bereits am 31. Juli 1835 vom Freiburger Historiker Karl von Rotheck gefordert worden war. Die Strecke sollte als Hauptstrecke in erster Linie dem überregionalen Verkehr dienen und daher eine geradlinige Streckenführung am östlichen Rand der Oberrhein-Ebene aufweisen. Als Besonderheit wählte Baden als einziger deutscher Staat für sein neues Bahnsystem zunächst eine Spurweite von 1600 mm Breitspur mit einem flachen, nach Isambad Kingdom Bruneck konstruierten auf Längsschwellen verlegten Schienenprofil. Bau der Strecke Mannheim-Basel bereits im September 1838 begann der Bau der ersten Teilstrecke zwischen den beiden neuen Kopfbahnhöfen Mannheim und Heidelberg als Entpunkten. Nach zwei Jahren Bauzeit konnte dieser Abschnitt am 12. September 1840 feierlich eröffnet werden. Die Weiterführung nach Süden erfolgte in folgenden Etappen. Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe am 10. April 1843, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt am 1. Mai 1844, Rastatt OOS am 6. Mai 1844, OOS Offenburg am 1. Juni 1844 und Offenburg-Freiburg am 30. Juli 1845. Sämtliche Hochbauten der Strecke von Mannheim bis Freiburg, von denen noch heute einige Gebäude erhalten sind, wurden vom badischen Architekten Friedrich Eisenlohr geplant. Es folgten die Streckenabschnitte Freiburg-Mülheim am 1. Juni 1847, Müllheim-Schliengen am 15. Juni 1847 und Schliengen-Evringenkirchen am 8. November 1848. Der Weiterbau in Richtung Schweizer Grenze wurde durch die Ereignisse der März-Revolution behindert, in deren Verlauf die Eisenbahnstrecke an mehreren Stellen von Freischellern beschädigt wurde. Die Fertigstellung des Abschnitts bis Haltingen verzögerte sich dadurch bis zum 22. Januar 1851, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sämtliche Nachbarländer für ihre Bahnen die Normalspur mit Vignolschienen verwendeten. Baute die badische Staatsbahn 1854-55 still innerhalb nur eines Jahres alle ihre bis dahin erstellten Strecken sowie das rollende Material auf Normalspur. Um Fortführung nach Konstanz, war im Gesetz von 1838 nur vom Bau einer Strecke von Mannheim zur Schweizer Grenze bei Basel die Rede, stellte sich nun die Frage nach einem geeigneten Endpunkt sowie der Anbindung an das Schweizer Verkehrsnetz. Während die Stadt Basel eine Anbindung in Basel forderte, gab es in Baden nicht wenige Stimmen, die einem Streckenendpunkt im Ausland skeptisch gegenüberstanden und als Endpunkt die badische Kleinstadt Lerach oder Garwaldshut bevorzugten. Die seinerzeitige politische Diskussion war von vielen nationalen Argumenten und Vorbehalten geprägt. So erteilte Baden bereits 1846 der Schweizerischen Nordbahngesellschaft die Konzession zum Bau einer Eisenbahnstrecke von Basel-Lerach nach Waldshut mit Fortsetzung in der Schweiz Richtung Zürich, um eine Verbindung mit dem Schweizerischen Eisenbahnnetz im badischen Waldshut anstatt im Schweizerischen Basel zu erreichen. Allerdings konnte die Schweizerische Nordbahngesellschaft die finanziellen Mittel zum Bau der Strecke nicht aufbringen, sodass die Konzession verfiel. Erst im badisch-schweizerischen Staatsvertrag vom 27. Juli 1852 konnte eine dauerhafte Lösung für die Weiterführung der badischen Hauptbahn erzielt. Während der Vertrag sah den Weiterbau von Haltingen über den rechtsrheinischen Teil Basels und weiter über Badseckingen nach Waldshut vor. Dadurch entstand die bis heute weiter bestehende ungewöhnliche Situation, dass eine deutsche Staatsbahn eine Eisenbahnstrecke im Ausland baut und betreibt. Am 20. Februar 1855 konnte die Strecke von Haltingen bis Basel eröffnet werden. Am 4. Februar 1856 folgte der Abschnitt bis Badseckingen und am 30. Oktober desselben Jahres die Weiterführung bis Waldshut, wo mit Eröffnung der Rheinbrücke am 18. August 1859 die erste Eisenbahnverbindung zwischen Baden und der Schweiz entstand. Stand beim Bau der Strecke Mannheim-Basel-Waldshut der internationale Nord-Südverkehr und die Verbindung der größten badischen Städte im Vordergrund war im badisch-schweizerischen Staatsvertrag bereits eine Fortführung zum Bodensee geregelt worden, der eine Anbindung des Bodenseeraums um Konstanz an die Eisenbahn ermöglichte. Doch auch hierbei führten Meinungsverschiedenheiten um die Streckenführung im Raum Schaffhausen zu Verzögerungen. Während die Schweizer Seite eine Führung durch den nördlichen Klettgau auf Schweizer Territorium bevorzugten, favorisierten die Badener eine Streckenführung durch das Wangental zum badischen Gästetten. Sie konnten sich allerdings damit nicht durchsetzen, sodass die am 13. Juni 1863 eröffnete Fortsetzung der badischen Hauptbahn von Waldshut nach Konstanz nicht über Gästetten, sondern über Erzingen und Beringen führte. Mit diesem letzten Streckenabschnitt, deren Baumaßnahmen von Robert Gerwig geleitet wurden, war der Bau der badischen Hauptbahn vollendet. Zweigstrecken bereits im Gesetz von 1838 war der Bau zweier Zweigstrecken der badischen Hauptbahn vorgesehen. Die Strecke Appenweierkehl zur Anbindung an das Elsass wurde bereits am 1. Juni 1844 eröffnet. Die kurze Stichbahn von Baden-O.S. nach Baden-Baden am 27. Juli 1845, am 11. Februar 1872 entstand mit der Rheinbrücke zwischen Wall am Rhein und St. Louis sowie am 6. Februar 1878 mit der Verbindung Mülheim-Mülhausen weitere Verbindungen mit dem Elsass. Zur Anbindung an die Schweiz entstand 1859 die Rheinbrücke bei Waldshut. 1871 die Verbindung Konstanz-Kreuzlingen und 1873 die Basler Verbindungsbahn, die den badischen Bahnhof mit dem Zentralbahnhof verbindet. Nach Norden besteht seit 1846 in Heidelberg eine Anbindung an die Main-Neckar-Bahn in Richtung Darmstadt und Frankfurt am Main sowie seit 1867 in Mannheim eine Verbindung nach Ludwigshafen, Mainz, Köln. Entwicklung der Strecke bis zum Ersten Weltkrieg Bei Betriebsaufnahme der ersten Teilstrecke zwischen Mannheim und Heidelberg wurden täglich vier Personen Zugpaare eingesetzt, die für die einfache Strecke ca. bis 40 Minuten Fahrzeit benötigten. Zum Vergleich, heute benötigen die Züge für dieselbe Strecke 12 bis 17 Minuten. 1845 wurde der Güterverkehr aufgenommen und 1847 der erste Schnellzug zwischen Schliegen und Mannheim eingesetzt. Mit fortschreitendem Weiterbau der badischen Hauptbahn wurde dieser Schnellzugverkehr bis Basel, Waldshut und Konstanz verlängert. Ab 1863 verkehrten täglich zwei Schnellzugpaare zwischen Mannheim und Konstanz, die für die 414 Kilometer lange Strecke 12 bis 14 Stunden benötigten. Zum Vergleich, heute benötigen die Züge von Mannheim nach Konstanz über Basel ca. 4 Stunden, über die Schwarzwaldbahn ca. 3 und 1,5 Stunden. Der Verkehr auf der badischen Hauptbahn stieg harsch an, sodass schon bald der zweigleisige Ausbau notwendig wurde. 1846 konnte er zwischen Mannheim und Heidelberg abgeschlossen werden, 1847 bis Offenburg, 1848 bis Freiburg und 1855 bis Basel. Auch die Zweigstrecke ab Weierkehl wurde 1846-1847. zweigleisig ausgebaut. Dagegen blieb das Streckenstück am Hochrhein zwischen Basel und Konstanz eingleisig. Am 22. Juli 1870 wurde im Zuge der Mobilmachung für den Deutsch-Französischen Krieg die Hauptbahn an mehreren Stellen zwischen Rastatt und Offenburg unbrauchbar gemacht. Im Wagenpark der badischen Bahnen befanden sich zu dieser Zeit größtenteils zweiachsige Abteilwagen. Während Württemberg von Anfang an auf Großraumwagen gesetzt hatte, Baden wechselte später ebenfalls zu diesem System. Die zweigleisigen Strecken in Baden wurden bis 1888 im Linksverkehr betrieben, erst danach erfolgte die Umstellung auf Rechtsverkehr-Etappenweise. Die ersten Abschnitte der badischen Hauptbahn wurden in Breitspur mit einem Schienenabstand von 1600 mm angelegt. Schon bald zeigte sich allerdings, dass sich die anderen mitteleuropäischen Staaten für die später so benannte Normalspur entschieden, so dass das badische Eisenbahnnetz aufgrund der anderen Spurweite in eine Isolation zu geraten drohte. In Heidelberg und Bruchsal bestanden bereits Anschlüsse zu in Normalspur ausgeführten Nachbarbahnen. Durchgehende Frachtgüter mussten jeweils umgeladen werden. Daher wurden die bis dahin gebauten Strecken im Laufe eines Jahres 1854,55 auf Normalspur umgebaut. Insgesamt mussten 203 km zweigleisige und 79 km eingleisige Strecken umgespurt werden, außerdem die vorhandenen 66 Lokomotiven und 1133 Wagen. Dank dieser Maßnahme wurde der Einsatz grenzüberschreitender Güterwagenläufe möglich. Beim Eisenbahnbau war Mannheim, die größte und wichtigste Handelsstadt Badens, in eine Randlage geraten. Der wichtige Nord-Süd-Verkehr von Frankfurt am Main in die Schweiz führte über die Mainneckerbahn nach Heidelberg und weiter über die badische Hauptbahn nach Basel. Daher bemühte sich Mannheim um einen direkten Eisenbahnanschluss nach Süden und beantragte den Bau einer Eisenbahnstrecke nach Karlsruhe über Schwetzingen. Die 1870 eröffnete Rheinbahn zog einen Teil des Eisenbahnverkehrs zwischen dem Rhein-Neckar-Raum und Karlsruhe von der badischen Hauptbahn auf sich und schuf eine Entlastungsstrecke für die in diesem Bereich bereits an die Grenzen ihrer Kapazität angelangten Hauptbahn. Diese Entlastungsstrecke wurde 1895 aus strategischen Gründen weiter nach Süden bis Rastatt verlängert, so dass fortan auch zwischen Karlsruhe und Rastatt zwei Eisenbahnstrecken existierten. Durch den städtig anwachsenden Verkehr und den Bau der Gotthardbahn 1882 wuchs die Bedeutung der Strecke Mannheim-Basel weiter an. Dagegen konnte die Strecke am Hochrhein zwischen Basel und Konstanz nicht von dieser Entwicklung profitieren. Nach Bau der Basler Verbindungsbahn und der Börsberglinie stand eine direkte Strecke zwischen Baden und der Zentralschweiz zur Verfügung, so dass der Grenzübergang in Waldshut an Bedeutung verlor und der internationale Verkehr über den Grenzübergang in Basel abgewickelt wurde. Auch die Anbindung des Bodenseeraums erfolgte seit 1873 in erster Linie über die kürzere Schwarzwaldbahn, so dass die Hocheinstrecke zu einer regionalen Ost-West-Strecke ohne überregionale Bedeutung wurde. Durch den wachsenden Verkehr zwischen Mannheim und Basel und die Ausdehnung der Städte wurde an den Knotenbahnhöfen ein Umbau und teilweise eine Verlegung der Bahnanlagen notwendig. So entstanden zwischen 1895 und 1914 neue Güter- und Rangierbahnhöfe in Karlsruhe, Mannheim, Basel, Freiburg und Heidelberg und neue Personenbahnhöfe in Karlsruhe und Basel Entwicklung der Strecke im 20. Jahrhundert. Von etwa 1895 bis 1914 stand die Badische Hauptbahn im scharfen Wettbewerb mit der Elsässischen Bahn. Denn die Fahrzeiten zwischen Basel und Frankfurt bzw. Mannheim waren nahezu identisch. Während des Ersten Weltkrieges fuhren die Schnellzüge ausschließlich über die Badische Hauptbahn, weil die elsässischen Bahnstrecken bei Müllhausen in Reichweite der französischen Artillerie lagen. Nachdem das Elsass nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich gefallen war, fuhren alle Züge nach Basel nur noch über die Badische Hauptbahn. Nach Gründung der Deutschen Reichsbahn im Jahr 1920 ging die Badische Hauptbahn zusammen mit den anderen Strecken der Großherzoglich-Badischen Staatseisenbahnen in den Besitz der Reichsbahn über. So dass neben den Lokomotiven badischer Bauart auch Lokomotiven anderer ehemaliger Länderbahnen sowie die neu entwickelten Dampflokomotiven der Einheitsbauarten auf der Badischen Hauptbahn zum Einsatz kamen. Durch die Abtretung von Elsass-Lothringen an Frankreich infolge des Ersten Weltkriegs geriet das Land Baden und mit ihm die Badische Hauptbahn in eine Randlage, die aus Sicht der Militärstrategen keinen zuverlässigen Betrieb erlaubte. So befindet sich die Strecke beim East Diner Klotz in Sichtweite der deutsch-französischen Grenze. Im Zuge der Ruhrbesetzung besetzten französische Truppen im Februar 1923 auch Offenburg und Appenweyer. So dass der Verkehr auf der Hauptbahn unterbrochen wurde und die Züge weiträumig umgeleitet werden mussten. Sowohl die Elstalbahn als auch die Murgdalbahn besaßen zu diesem Zeitpunkt an einem Ende keine Anschlussbahn. Daher führte die Umgehungsstrecke von Freiburg über die Höllentalbahn nach Donau-Eschingen, über die Schwarzwaldbahn nach Hausach und von dort aus weiter über die Kindzig-Talbahn nach Freudenstadt. Von hier aus fuhren die Züge weiter über die Gäubahn nach Hochdorf und von dort aus über die Nagold-Talbahn nach Pforzheim, von wo aus wiederum Anschluss nach Karlsruhe bestand. Obwohl diese weiträumige Umleitung bereits im ersten Monat der Besetzung einsatzbereit war, wies sie mit zweimaligem Kopfmachen in Hochdorf und Pforzheim, der Führung über eingleisige Nebenstrecken sowie den Steilstreckenabschnitten im Höllental keine dauerhafte Alternative zur badischen Hauptbahn. Da, dennoch zeigten die Ereignisse die Anfälligkeit der badischen Hauptbahn gegenüber französischen Übergriffen. Infolgedessen konzentrierten sich Pläne zum Ausbau der europäischen Verkehr Sachse-Deutschland-Schweiz-Italien fortan auf die grenzfeindere Gäubahn. Stuttgart-Singen-Zürich Von 1928 bis 1939 verkehrte der Luxuszug Rheingold zwischen Karlsruhe und Basel über die badische Hauptbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte der Rheingold von 1951 bis 1987 als F-Zug bzw. T auf die badische Hauptbahn zurück. Auch der Orient-Express verkehrte über die badische Hauptbahn. Von Straßburg kommend befuhr er den Streckenabschnitt zwischen Appenweiher und Karlsruhe. Während des Zweiten Weltkriegs war die badische Hauptbahn wie alle anderen Eisenbahnhauptstrecken auch von schweren Bombardements der Eisenbahnknoten sowie Zerstörung von Brücken und Bauwerken betroffen. Nach dem Krieg war die Strecke in zwei Teile geteilt. Der Abschnitt Mannheim-Karlsruhe lag in der amerikanischen Besatzungszone. Der Abschnitt von Rastatt bis Konstanz in der französischen Zone unter Verwaltung der Betriebsvereinigung der südwestdeutschen Eisenbahnen. Die Streckenabschnitte innerhalb der Schweiz standen unter eidgenössischer Treuhänderschaft. Nach Gründung der Deutschen Bundesbahn unterstand die Strecke ab 1949 wieder einer einheitlichen Betriebsverwaltung. Als Reparationsleistung musste das zweite Gleis der Strecke zwischen Offenburg und Denzlingen 1946 abgebaut und an die französische Besatzungsmacht abgegeben werden. Da dieser eingleisige Abschnitt auf der stark belasteten Strecke einen Engpass darstellte, wurde das zweite Gleis auf Drangen der Schweiz, die die Zufahrt zum Gotthardpass gefährdet sah, bis 1950 wieder aufgebaut. Schon Anfang der 1950er Jahre begann die Deutsche Bundesbahn mit der Elektrifizierung der Strecke Mannheim-Basel. In mehreren Etappen konnte der elektrische Betrieb aufgenommen werden. Mit der Elektrifizierung verbunden war auch die Verlegung des Heidelberger Hauptbahnhofs 1955. Durch den elektrischen Betrieb konnten die Fahrzeiten gekürzt und die Leistungsfähigkeit der Strecke erhöht werden. Durch ihre weitgehend geradlinige Streckenführung konnte die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf den meisten Abschnitten auf 160 km pro Stunde erhöht werden. Die Hocheinstrecke Basel-Konstanz verblieb dagegen ohne Fahrleitung. Erst mit Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn wurde das Teilstück Singen-Konstanz am 24. September 1977 elektrifiziert. 1990 folgte das Streckenstück Singen-Schaffhausen als Teil der Internationalen Verbindung Stuttgart-Zürich. In den 1980er Jahren erfolgte der zweigleisige Ausbau der Strecke Basel-Waldshut. Um einen verbesserten Personennahverkehr mit Taktverkehr anbieten zu können, Ausbau zur Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die starke Belastung der Badischen Hauptbahn führte ab den 1970er Jahren zu Planungen, die Strecke mehrgleisig auszubauen. Mit der schrittweisen Eröffnung der Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart 1987 und 1991 konnte der nördliche Abschnitt der Badischen Hauptbahn zwischen Mannheim und Bruchsal entlastet werden. Im Bundesverkehrswegeplan 1985 wurde außerdem der viergleisige Ausbau des Abschnitts Karlsruhe-Offenburg sowie der dreigleisige Ausbau zwischen Offenburg und Basel zur Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel im vordringlichen Bedarf aufgenommen.